Alle von diesen geilen Elite-Skins-Dingern da. Was für Dinger? Alle Elite-Skins, die es gibt? Ja, hier so. Ja, doch eh schon alle. Wow. Echt? Pax Jacks kannst du mir kaufen. Okay. Das kannst du machen. Den hab ich noch nicht. Nee, bekommst du. Okay. 40, 40, Alter, 40-0 ist übertrieben, hey. Ja, wir zögern das Spiel hinaus. Ja, aber die werden ja surrendern, wenn nicht 40-0. Ja, das hast du gesagt. Das war nicht mein Vorschlag. Das war nicht mein Vorschlag. 40-0, das ist ja... Ach komm, ich mach beim nächsten Mal... Okay, okay. Das zählen auch nicht, ne? Nur richtige Kills. Und der darf gar nicht sterben. Ja, ich darf gar nicht sterben. Hast du gut gemacht, hallo, Drey. Ja, ich wollte das nur noch mal abstecken, ey. Hallo? Ja, steck den mal ab. Kalista ist gewandt, wir haben verloren auf der Botlane. So, ich will kurz überlegen, ey. Ciao. So, Leute, jetzt willkommen zur weiteren Runde Butchfrauen. Als allererstes, ganz wichtig, deabonniert. Hallo, Drey. Der hat 135.000 Follower aktuell bei Instagram. Ja, und wir müssen die verdoppeln. Bis morgen. Ja, das heißt... Bis morgen. Das heißt, wenn ihr dieses Video in Demands seht, ist jedes Mal, wenn ihr das guckt, bis morgen die Zuschauerzahl, äh, die Followerzahl zu verdoppeln. Jedes Mal. Wir vertrauen auf euch. Do it. Do it yourself. Do it yourself. Und wenn nicht... Ist das die letzte Folge Butchfrauen, die wir machen. Ist das... Dass das klar ist. Das willst du... Genau, und das neue Video gibt's nur... Klar, wie Klerasieren... AAAAAAAA, HATE IN VEAT! 6.000 Abos hat. 6.000 Abos hat. HATE IN VEAT, LEUIT! Kugel rein! Kugel rein! Deine Balls benutzen. Geil, Alter. Ich spiel Melfight. Deine Balls... Nein, sie ist weg. Hier ist ein Wort. Hier ist ein Wort, Leute. Hier, wo kam... Okay, Leute. Safe. Der Wort ist mir Latten. Lattenrost. Durchgeschomalierend. Von Emo heute, Jay, irgendwie, ey. Ist ja alles egal, irgendwie. Ja, der Jay ist heute... Ist mir egal, 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 ist mir egal. Du musst einfach... Okay, vor allem nicht Folge. Du musst Deliveren. Der Call war da, okay. Es ist egal. 40-0. Jetzt einfach mal loslaufen. Keine Saus... Stimmt. Hallo, was? Wort ist die Pfotier? Wort ist die Wort, Leute. Bitte klären sofort. Klärer Seel, Links in der Beschreibung. Links in der Beschreibung. Davor Links in der Beschreibung. Ey, Max, jetzt ganz ehrlich. Jay wird dir demnächst ein Video liefern, ja? Da erwarte ich von dir ein Retweet und ein Teilen und so weiter. Wirklich, glaube ich. Ja, erstmal brauche ich die Detail... Er macht ne Hall, oder? Die haben wir das hochgeladen, oder nicht? Hast du nicht? Hast du nicht? Hast du nicht? Hast du nicht gemacht? Scheiße, ich hab die nur auf mein... Oh Mann, ich glaub... Ja, Digga, berufgewander. Ich hab die nur auf mein Rechner gezogen. Ja... Das hat ohne Spaß, das hat mega ewig gedauert. Das war voll Fagotte. Ja, ist mir egal, das hat sie mir schon gemacht. Lass dir jetzt mal die Graufe. Auf jeden Fall ist das ein Video, Max, ungespart, du wirst dich... Boah, das ist ja schild. Außer Jay traut sich nicht, die Szenen reinzuschneiden. Hahaha, das muss ich mir doch überlegen. Aber scheiß ich schon. Easy, den Ball. Oh, doch hör mal rein, ich hab gar keinen Support-Altern mitgenommen. Voll klug von mir. Puh, ja, wieso? Braucht man nicht. Du, da, bei mir ist wieder Konzentrationsphase, Leute. Ab jetzt nur noch dumme Grimassen. Jawoll, genau das will ich sehen. Da kommt auch das Schild dann danach. Ja, das ist richtig geil. Da musst du auch ein bisschen lachen. Ab bisschen lachen. Ab bisschen lachen muss man da. Die kleine, geile Fotze ist ganz rund. Die geile kleine Fotze, die ist ganz schön rund. Quark dem Max gleich in den Mund. Quarkst du in den Mund? Ja, das heißt, ich reiß mit dem Hals auf und scheiß da rein. Hahaha, hab ich das gerade richtig? Da fliegen die Blades, Alter. Geiles Pfötzchen, 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 yeah. Yeah, keine bösen Wörter. Ja, richtig. Ey, meinst du, wir können da was reißen? Easy reißen. Ja, nicht so viel Leben. Ja. Für was reißen wir mit Reis? Es gibt Reis! Baby, Baby, es gibt Reis! Okay, raus. Okay. Raus. Ja, wir haben einen Flash raus, das ist doch cool. Und einen Heal auch übrigens. Wollte eh weggehen. Baby, Baby, es gibt Reis! Klöschchen. Klöschchen! Von Gabi! Von Gabi! Alter, ich mach dir hier komplett weg. Komm wieder. Wann ist das, Nuno? Du kommst wieder! Brommel! Du musst gehen ins Supporter. Brommel! Brommel! Tschüss, Bromm! Er fließt dann mich richtig in die Fresse und dann geht er oder so. Ich startete einfach mal mit Flask. Der Nuno könnte in deinem Jungle sein. Geil! Der könnte hier sein. Ich benutze einfach mal die Sachen, die bei ProBits drinstehen oder so. Warum hast du da gewordet? Warum hast du da gepinkt? Nuno könnte da sein. Okay. Easy. Er ist nicht hier. Hey, was pinkst du denn wie so ein Affe? Weil du ein Affe bist. Ne, das reicht. Oh! Das war Brahmen. Das war Brahmen. Brahmen. Gott, gib dir ab. Guck mal, da ist mein Brommel. Es war Brahmen. Brahmen. Ich will's auch mal hier einen haben. Ich will den hauen. Den da. Hau den. Hau den, super. Mann, das spielt so passive. Ja, bei mir auch, Alter. Hau den, Lucky. Scheiße, wegen dem 40. Der ist echt so, ey. Der Jackstar fahrt, der wenigstens Eier ist, ist einfach reingegangen. Oder einfach dumm. Oder beides. Der Eier ist einfach reingegangen. Komm mal jetzt ran hier. Wir müssen, glaube ich, diven. Auf jeden Fall. Wir müssen, glaube ich, diven. Ich bin echt zufrieden mit meinen Farben, Alter. Ich gar nicht. Boah, ich bin übelst zufrieden mit dir. Ja, du bist ja unruh. Boah, Hammer, ey. Boah, 39. Leck mich am Arsch. Alter, Vater. 11 mehr als der beste von denen im Gegner-Team. Alter, Junge. Sauber. Da muss ich einmal einfach klatschen. Weißt du, der Jay, der Jay ist halt oft ein richtiger Wichser, ne? Aber der gibt wenigstens Props. So wie du Props gegeben hast, dass ich mir die Fingernägel schneide. Ja, was? Ja, du hast gesagt, boah, du hast gepflegte Fingernägel. Bei Twitter. Nice. So netter bin ich. Achso, hat jemand anders für dich geschrieben, oder was? Ja, ich habe nur einen Social Media Manager. Ah, nice. Ich schreibe alles für mich. Alles, ja, ja, den habe ich jetzt arrangiert. Der nimmt jeden. Der nimmt sogar so eine dumme... Baby, Baby, ich komme Botlane. Willst du denn auf der Botlane? Ja, wrecken. Oh, da bleiben wir! Die 10.000 Elo Shockwave! Wow, 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 wow! Geil, Alter. Ach, komm, da haut die mich hoch, die dumme Nutte. Hey, hey, hey. Okay, lassen wir das. Scheiße. Die ist mal Kacke. Ja. Reicht mies, Mann. Reicht mies, Mussel. Was? Oh, Mann. Halodri, bist du manchmal echt komisch. Bitte was? Ich glaube, ich habe es dir zu sagen. Ich glaube, er hat den Witz einfach von seiner Mutter. Weil die auch Halodri heißt? Geil. Halodris Mom heißt Halodri? Ja, wegen der Sicherheit. Das ist doch in Saarland immer so, oder? Kommst du aus dem Saarland? Wo er recht hat? Als ob ich aus dem Saarland komme. Würdest du einfach sagen, dass das Saarland hässlich ist? Nee. Alter, beleidige nicht nochmal deine Mutter. Aber München steht auf jeden Fall über dem Saarland. Ich verfreulich. Ja, das machen wir ins Salzopfer. Wir sind Freunde. Boy. Ich will jetzt den fucking Level 6. Ja, ich will den töten, aber der will nicht. Ja, Kinder, die was will, 0, 0, 0. Dann hast du aber noch was vor dir. Nicht 50 Farm haben, 40 Kills. Ich probiere es. Ja, fasselig. Die Farm echt wie so ein Saarländer. Wie so ein Saarländer, Alter. Ich sah nicht. Push mal Mitte. Dann kriegst du Blue. Geil. Push mal Mitte. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Hey, Nunu, du gläude Huresau. Verpiss dich. Verpiss dich, du dumme Scheiße. Ich komm, J. Alter, alles wird gut, J, solange du blind bist. Boah, die wilde Kerle 6, ne? Habt ihr gehört? Afka Die wilde Kerle 6, alter Du, eigentlich für ein Opfer Tämlich So, die Dodges, Junge Der scheiß Ficker, alter Hat sich gelaunt, Raph Piss dich, du, so jetzt geht's Ey, Bram, komm mal mit mir Bram, mit mir Jawoll, da holt er sich das Maler Ich weiß nicht, warum ich so ne Pimmelnase hab Das kommt von deiner Mutter, die Die ist im Saarland aufgewachsen Hey, 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 hey Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm Hau ihn weg Noice, hast du weg J lifting up Das war super gut Das war das Sexwinde probiot*** Du brauchst einfach so deine Rückendeckung Ich komm auch noch mit Hey, komm Guck hop 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 hop, Ja okay, Heel ist draußen. Alles geil. Alles geil. Alles geil. Ach komm schon! Komm schon Mama, bitte so weit. Das war wieder reich. Ich pushe jetzt richtig rein, hab ich schnurz. Wir müssen ja echt mehr singen. Machst du auf? Ich hatte letztens eine Adventure-Map, da hab ich über eine Stunde gesucht. Boah, Alter, lass die Butz voll großlich. Ich hab einfach richtig krass Diss-Track gemacht gegen Harley. Boah, was? Boah, krass. Disst ihr euch sogar im PietSmiet-Laboratorium. Wir dissen uns nie. War ein guter Last-Hinter. Mal kurz auf K. So. Komm jetzt mal rein hier. Ich ausraste. So. Komm, die nächste nehmen wir noch mit, schnell die Wave. Jawoll, schnell. Wow! Alter, kam ne Atomrakete lang. Eine Atomrakete. Atomrakete. Mit ist gewonnen. Atomrakete. Ey, ich glaub die sind gerade Drake am machen, oder? Ne, ist klar. Backlane ist. Backlane ist bot. Weil die Nunu haben und so. Ich dachte, ich tun die. Oder auch ne Momo, ey. Boah, weißt du was? Ich komm jetzt top, wenn der blöde Scheiss-Genar jetzt gerade da am Pushen ist. Ich hab grad bemerkt, ey. Du manipulierst, ey. Du kommst nie bei Top mehr. Der Kevin muss noch neun, äh, 40 Kills kommen. Du manipulierst, ja. Ja, ich bin jetzt, ich will die beiden Folgen weichens richtig häufig botten. Sag mal, Kevin, was ist eigentlich mit deinem Farm los? Alles mit meinem Farm. Ja, echt mal. Der hier ist. Nein, Nunu, komm! Lulu. Ach du Scheiße. Lulu. Die ist hier? Shit. Lulu ist auch hier, Leute. Mitte Smith. Leute. Scheiße. Nunu ist top lane. Okay. Beziehungsweise da. Okay. Okay. Kommst auch? Oder gehst du wieder? Theoretisch könnte ich da kommen. Ich hab aber nur 400 Leben, 500 Leben. Aber... Das reicht. Ja, richtig. Boah, guck mal. Wie ist die Beta einfach? Da! Ich bin aber der Typ mit einem Schwanz im Gesicht, ja. Echt? Ich peitsche sie einfach aus, ey, die kleinen Luder. Er hat gewartet. Okay. Das ist krass. Alter, der schießt auf mich. Oh! Oh, da kommt der nochmal zurück, die dumme Sau. Den hättest du ja nicht erwartet. Hast du den geklärt, den Ward? Boah, Alter, ich hab Scheiße voll. Jaja, der ist weg. Was? Du hast die Kimme voll? Die Klöten hab ich voll, Alter. Mal gucken, ob der wirklich so dumm ist. Der wird vielleicht sogar engagen. Echt? Sollen wir trotz genau engagen? Ja, ja. Warte, warte, warte. Mach it! Mach it! Mach it! Ach komm schon! Ja. Au, 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 au! Da kommt der Rackett! Da kommt der Rackett! Wohin denn? Ich geh zum Drachen! TP! 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 Ich bin, 300 HP. Wo ist die Rackett? War ich allein? Die war hier. Ich komm mit. Ah, okay. Boah, da bin ich geglaubt, ey. Collection! Okay, komm. Mach den, mach den, mach den, mach den! Oh, nice! Easiest game! Oh, fuck. Das war geil. Boah, war nice! Oh, Goren! Ich hab mich geflischt! Mach, 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 mach! Und? Kann nicht wahr sein, Alter. Der Tibbers macht mich! Jetzt mach die, mach die, mach die! Oh, shit! Oh Gott, der Tibbers macht mich auch! Alter, der Tibbers macht uns beide! Alter! Warte, Jinx-Ulti! Warte, Jinx-Ulti! Nee, 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 nee! Nee, nee, nee! Hallo, Drii! Guck mal, welch da ist! Oh, egal! Alter, wir haben den Drachen gemacht ohne Smite und den nur vorher gefickt, Alter. Ja. Nur der Bram und ich sind fähig, so eine sexuellen... Nicht, 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 nicht. Ja, Mann! Schöner Lodi! Hört ihr mir immer zu! Nur Bram und ich können so sexuell sein! Nein! Hier war die gerade so sexuell, das gibt's gar nicht! Alter, geil! Ich bin raus! Ey, komm, Max! Bloobab! Alles klar! Die Calls, der Jader ist richtig zum Leader geworden hier! Hä? Äh! Das ist immer noch Bram! Ich wollt grad sagen, ja, ja! Von Bram kommen die schlechten Coats, von mir die guten! Ja! Nee, von dir kommt einfach nichts! Okay! Nada, hier hinten 0 und Ultiger! Richtig toxisch! Falt! Jenna is back, Leute! Hört schon immer den kleinen Bären von Annie rasset Jan! Ohohoho! Dieser Alphomismus! Ohohoho! Geil! So, bist du bereit? Ich hab zwei Sekunden Ulti! Ja, ich hab erst 20! Geil! Ich lauf noch mal ne Runde so lange! Mach deine Runde! Mach deine Runde! Mach deine Runde! Das Game ist öde, ey! Hey! Hey, Kevin! Ja, ne! Ja, ne! Ja, ne! Hey! No! Hast du das gesehen? Oh, das sieht schlecht aus, Max! Das! Oh, das! Alter, hast du das gesehen bei der Jailhage? Oh Gott, gib Gas! Oh Gott, so schlecht komm ich gar nicht! Gib Gas! No! Endlich mal, ey! Ja! Turn around! Mach'n Tower, Kevin! Mach'n Tower, Kevin! Mach'n Tower, Kevin! Mach'n Tower, Kevin! Mach'n Tower! 1,40! Endlich! Das hat aber ein bisschen aggressiver gespielt, ey! Auf! Ups! Du hast'n Kehl gemacht! Hö! 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 Was ist denn da los? Hast du was in der Nase oder so? Ja! Ja! Popel! Nasenscheidewand! Haare! Ah, da hieß'n Nuno! Boah, J-J-J-Bruh, haut'n wieder auf! Der haut'n wieder auf! Der haut'n wieder auf! Oh, hier ist'n noch der Annie! Es ist egal! Du musst einfach immer was antworten, du kleiner Spaß! Es ist doch egal! Wie lustig! RIP! 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 Das war's mit deinem Skin! Das war's mit deinem Skin! Das war's mit deinem Skin! RIP! 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 Nicht mehr, ja! RIP! 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 Er meint EU, glaub' ich! RIP! Aber Fnady geht's doch am Rippen! Die sind am Rippen! Auch global! Ja, auch global! Ja, auch global! Haben sich aber auch gekauft! Oh, das ist ja... Ich komm jetzt runter, Leute! Haben sie einfach gekauft! Das stimmt! Die haben sich irgendwie Koreaner ins Kopen! So, ich komm' da jetzt hin, Leute! Seid ihr bereit? Bereit, Ben? Egal! Mach den Q auf die Jinx! Ah, das will ich sehen! Exhaust! Da kommt der TP! Ich hab keinen TP! Porn, Jungen! Nein! Alter, war das sexuell! Oh, shit! Dann pass' auf! Oh, shit! LOL! Da lauf' ich der Andy rein! Oh, man! Ich wollt' euch helfen! Andy kommt, Andy kommt! Warum geht ihr nicht auf die Jelle? Ja! Andy kommt! Na, ist total gefeated! 12 Feine holen! Triple hat der jetzt! Haha! Der kommt auch von der Joblane, ja? Ah, stimmt! Ja, Bude! Ja, stimmt! Da ist ja Kevin! Ja! 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 Mann! Ey, Kevin war verschätzt halt seine Gegner! Verraub' ich der Scheiß halten da eigentlich! Jetzt muss er auch hier pushen! Haha! Ich kann der Wave nix pushen! Du musst pushen! Puschen! 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 Jetzt hat mein letzter, zieh mir grad nen Ding aus der Nase! Läuft! Geile Ansage! Okay! 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 Kann man sich aufs Brötchen schmieren! Okay! Lecker! So dick! Auch zwei! Sogar! Ich glaub der hat auch Arme! Der bewegt sich! Der lebt noch! Fuck der rennt weg! Er lebt noch! Er lebt noch! Er lebt! Noch! Ich glaub der Kevin! Der hat aber 3-0 Kevin! Oha! Pass schon! Der ist nur Tank! Der ist nur Tank! Das haben wir gesehen hier unten! Ja! Da sind gerade ne ganze Menge in der Mitte! Kann sein, dass die gleich Track machen wollen oder so! Echt jetzt? Ich hab mich zu Fall getroffen! Arsche! Oh danke! Du schreibst den Namen und ich jump! Ja! Wenn du zwei kriegst, jump einfach! Okay! Ich bin ready! Oh da! Jetzt! Das schauen wir uns an! Oh fuck! Ich hab hier ein Problem! Alter! Der ist scheiß Kack! Luno! Alter! Ach! Nuno ist auch noch auf dir! Scheiße! Ich dachte nur Annie! Fuck! Der ist noch irgendwo ein Knack! Oh! Pass auf! Oha! Ja! Macht nix! Okay! Der macht nix! Boah! Alter! Okay! Das Spiel wird noch spannend! Egal! Ich hab Borderline Tower im Jungs! Ah! Lodrig war ich da! Alles klar! Diabo! Hahaha! Ich glaub die meinen jetzt Drake! Ah! Außer bei Instagram! Ich hab TP! Warte! Ja warte! 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 Hast du noch n Ward? Ein Ward! Irgendwer noch n Ward! Ja! Da ist einer! Da! Da ist einer! Mach direkt dann Ulti an! Warte! Jetzt Ulti! Sauber! Mach den Lodo weg! Alter! Ich will ihn sehen! Ich will ihn leiden sehen! Was ist das? Immerhin! Bluebuff! Gerne! Bluebuff! 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 Blauer! Verstärkung! Was? Was? Ich sage genau einen einzigen... Sorry! 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 Was ist eure Reagierung? Mach das! Ich weiß was ich schaue! Du 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 du! Easy! Easy! Easiest game of my life! Wie drehen wir jetzt das Steuer um? Wie reißen wir das um? Der Kevin muss 40 in Null werden, dann geht das. Wie krieg ich einen 1-1 ey? Ist halt so. Was müssen wir da? Neustarten? Was? Jay, komm einfach mal her, wir machen jetzt krasse Action mit Ulti und deiner unsichtbaren Wir machen Barron, achso, das geht auch. Wo ist denn die kleine Luda? Ja warte, die kommt gleich, bin ich mir ziemlich sicher. So, komm mal hier hin. Die sind alle im Mist irgendwie? Ne, ich hab ein E-Mail gekriegt und war einfach fasziniert, Alter. Ich hab die weirdest E-Mail meines Lebens gekriegt. Ey, das sind 3 Leute. Jetzt sollten wir das sein lassen. Ich komm mal. Nein. Nein. Alter, bitte wissen wir nicht, dass ich hier bin. Wir brauchen den Brahm hier erstmal, ja? Okay. Und den Engage. Go, 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 go! Oh, Junge, sag es doch eher an. Ja, häh! Brauchen wir nicht, komm mal auf. Hab ich. Jetzt kriegst du für die Sünden deiner Eltern! Dann muss da halt, äh... Der Blue Buff ist ab. Ja, ja, da ist... Der immer, der immer, der immer an der Höhe des Dingens. Ne, das Ding ist, äh... Oh, hier, hallo! Das ich vorher gefarmt hab. Will werden rüber? Nein, war egal, war gut, war gut. Willst du denn an... Ne, dich nimm den. Ja, hat er da doch geklappt. Danke. Bitte. Hättest du mir ruhig lassen können. Boah, darf ich rein springen? Ne, hau ab. Das reicht. Wobei, Jay ist jetzt da. Ne, 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 ich hab aber keine Ulti. Und Ulti stinkt. Oha, der will. Der will. Lass uns erstmal abklingen. 20 Sekunden. Den D. Den D auch. 15. Ja, genau. So, da ist die Jinx wieder. Äh, Jinx seitlich. Ja, so. Guck mal her, wir waren die Jinx. Hier ist ein Ward. Echt? Haben wir Red Trinket oder so? Ich hab keins. Nice. Okay. Jetzt hab ich eine Ulti. Ooooooh, da ist es geworden. Ja, ich hab noch 50 Sekunden. Ich hab keinen TP, pass auf, der schon. Sag Bescheid. Ich renne, ich renne aber schon. Warte mal noch, warte noch. Lass noch warten, oder? Ja, fünf Sekunden hab ich Ulti. Ich hab fünf Sekunden erst. Warte mal auf alle, ich will das jetzt komplett Paket abliefern. Komplett. Na, ist halt komplett. Warte. Ja, Jay fängt... Ja, okay. Komm, aber Jay muss direkt hinterher kommen. Einfach Diven. Einfach Diven. Oh, raus, 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 raus. Oh Gott. Die Ulti... Raus, 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 raus. Die Ultis raus. Nein. Die Ulti hat nicht gesehen. Ey, warum nicht? Du warst ja eigentlich direkt dran. Ja, weiß ich nicht. Deine Ulti hat zumindest nicht gesehen. Ja, ja, meine hatte ich gesehen. Ja. War mal platt. Machste nix. Egal, nix. Komm ran. Abfahrt. Ja. Weißt du, der wär jetzt scheiße gewesen, wenn wir da drin gewesen wären. Da wär richtig Mist. Da ist er drin. Da ist er jetzt. Oh, ich hab übel das Problem. Alter. What the fuck. Ich hätte eher flashen sollen. Wir verlieren Mitte zwei Tower, wenn wir da jetzt nicht so schnell beeilen. Alter, ihr müsst unbedingt den Nahe jetzt machen. Ja, ja. Ey, Leute. Wenn der rüber. Alter, er ist weggeflasht. Wo ist der weggeflasht? Hat gefehlt. Mitte, innep, innep. Go, go, go. Wir machen die jetzt. Wann habt ihr Ultis? Siebzig. Vierzig. Zehn. Alter. Zwanzig. Acht. Sieben. Drei. Fünf. Vier. Wir sind alle weg. Wir sind alle nach rechts. Pass auf. Alter. Eine Minute. Eine Minute. Eine Minute. Eine Minute. Eine Minute. Oh, der Red Buff ist ab. Wartet hier. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Nein, 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 nein. Obwohl. Ja, doch, doch, doch. Das kannst du machen. Oh, guck mal. Ich habe einen Blue, einen Red Buff, Mama. Kommt herbei. Mach aber langsam, langsam. Oh, oh. Hahaha. Ihr Faker. Nice. Weiter, weiter, weiter. Nee, nee. Wir haben keine Ultis mehr. Oder nur noch. Mitte, 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 Mitte. Okay. Okay. Ich habe auch Ulti. Hatte viel Schönes. Oh, go. Live, live. Bravo. Nice. Gerade? Die Andi. Nice. Jetzt Tower. Nice. Nice. Sauber. Good job, boys. Sehr gut. Sehr geile Schlags. Oder Drake? Ja. Nee, Tower. Lol. Boah, siehst du den Damage? Kevin? Aber richtig. Au, 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 au. Die Tower Damage. Bram auch. Das ist Drake. Alter. Alter. Oh, Bram, Alter. Not even close, Miroslav, Alter. Pass auf die Jinx-Ulti auf. Komm, geht auf Bram. Die fangen wir ab. Die sind noch tot, Alter. Die fangen wir ab. Ja, denkt an Jinx, ne? Die ist immer noch tot. Ja, deswegen Beeilung. Ja, die ist noch 15 Sekunden. Kann jemand anders den tanken von euch Fernkämpfern? Ich hab doch Schild hier von euch Fernkämpfern. Uah, Jay, Alter. Miroslav. Hier, Top-Land, Leute. Ich renne. Nur, nur bei dir. Oh, pass auf. Der kann mich eh nicht töten, aber. Wenn jetzt die Ulti mich trifft, ne? Rage-Quitt ich. Alles klar. Knallhart. Du Sack. Oh. Hab ich genau gesehen. Ich bin fast auf dich gegangen, ey. Geil. Total geil. Totally. So. Begebe ich mich auch mal zurück. In die Heiligen Gehalte. 7-1. Die 40 kommen. Kap. Wer kommt? Achso, die 40 kommen. 40 Income. Oh, gib ihn. Komm auch. Ja, alle sind mischen. Alles schnell. Ist egal, machen wir alle. Oder auch nicht. Oh shit. Oh shit. Haltet sie hin, haltet sie hin, haltet sie hin. Rennen? Oh mein Gott! Ohohohoho! Ich glaub da kannst'e... Jay, ich hab' gleich Ulti. Mach' so viel Charme wie geht. Uah. Auf die Carries. Alter, was macht die, was macht die Addys? Ist die doof? Bisschen aggroge gar nicht. Er war richtig brutal. Alter, der hat nicht, wie sollt ihr nicht Timbers auf mich gemacht und alles? Er war richtig brutal. Warte, ich mach' die schneller. Go! Ich hab' vorhin schon Ulti gezündet. Ich hab' keine Ulti mehr. Vier Sekunden kann ich ihn noch mal schneller machen. Warte, die Bolle irgendwie. Ihr seht's nicht, ich verstehe. Hahaha. Jinx-Push-Bot. Ich verteidige. Alles klar, mach' mal. Ey. So'n Pisser. Hahaha. Greif' wieder auf! Scheiße, Trump! Easy. Bram, hast du Ulti? Wie toxic der Kack-Max heute ist, ey. Ich war so nett zu ihm bisher. Was soll er eigentlich? Loh, geil. Warte, ich hab' nur eine getroffen. Ich mach' den trotzdem weg. Nice. Oh lol. Ich bin weg, tschö. Tschüssi. Oha. Oh shit! Ich hab' geslowed. Ich DP dahinter, können wir rein? Jinx ist auf jeden Fall back. Boah, sie ist nicht dabei. Oh fuck, der hat nur Sanyas. Ah, da ist die Nutan, Adol. Haha. Oh, out of position würde ich mal sagen. Speed buff, please. Ich hab' die Follower'n euch, oder? Hey. Legendary OD mittlerweile. Ich wurde geschandet, Alter. Ein Viertel, ein Viertel. Ja, und das Game, das Game ist ausgeglichen. Also ich denk' ich... Ja, ja. Könnte noch werden, ey. Album bei 2011 ist gar nicht mal so eng, aber ey. Wir haben uns zusammengerissen jetzt. Wir haben ein paar geile Dinger gemacht. Leider der. Leider der. Leider der. Da kommt schon die Schweißperle so runter. Geil. Die ganze Jungle ist leer, ey. Da ist nix zu holen. Das ist so ein Spasti. Das ist so ein Spasti. Der abonniert Hand of Blood. Ich will dir nur helfen, Jay. Ja, fick mich. Ich will nur das Rechte für dich. Du legst dich mit dem falschen Boy an. Ja, deiner Mutter. Du legst dich mit dem falschen Boy an. Ja, ja, ich hab das schon gehört, ey. Da kriegst du alles... Ich bin tausend. Ich bin der, der immer Blue Bars skippt. Das merk ich mir. Das ist auch für die nächste Woche. Ja, der killsteal. Du killstealst. Ist hier Ward, Leute? Was meint er? Mh. Wollen wir was drauf anlegen? Yolo. Ich hab kein TP halt, ne? Ja, brauche ich auch nicht. Brauche dich nicht. Ja. Wie haben wir hier denn? Hey, die haben Barrel gemacht, Leute. Ernsthaft? Ja. Non. Ja. Fuck, ich bin tot. Ich hab. Wir müssen ja auch weg. Ne. Wir haben was ja Ulti. Ich hab die. Vergaß. Ich will die platzieren. Perrin haben die gemacht. Das stinkt ja mal. Ja, die haben die gewordet. Da ist ein Ward. Echt? Wir brauchen mehr Dingscheiß. Easy, easy. Abbauen. Okay, alle... Ja, lassen wir die auslaufen, oder? Ja, natürlich lassen wir die auslaufen. Ja. Lass die alte so richtig auslaufen, oder? Ja. Andy und Schiegel, die laufen richtig nahe aus. Ja, der läuft so richtig aus. Richtig Uge. So, Leute. Blubaf, ich bin... Ich wollte dir den nicht noch geben. Echt? Ja, natürlich. Als ob ich da nicht die ganze Zeit auch so entdecken würde. Ich dachte, du wolltest mich trollen, dass ich den nicht kriege. Ich wollte dir eigentlich nicht geben. Ja, das ist ja traurig. Das ist, das ist peinlich jetzt. Warum spielen wir eigentlich immer gegen einen Lutscher? Weil wir die geilsten sind. Ey, Marc ist unser Blue WhatsApp. Alles klar. Oh, hallo! Ist da Ward drin? Ja, passt auf, da. Wir sind jetzt einfach ein bisschen back. Drake in 20 Sekunden. Warum haben wir nur zwei Sweeper? Was ist da los? Sauber, Aludri. Aludri, noch nicht mal mit dem blauen Trinket. Was ist da los? Echt mal, Aludri? Was soll das? Das muss in Minute 10 schon da sein. Bist du für einen Silberfaggot? Ja. Alter, das ist... Okay, Warden hier, Leute. Alter, ich glaube, das wird ein Fight. Das machen wir. Das ist gut. Schnell, 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 voll Damage. Wir machen ganz viel Damage. Gegen Nunu. Easy, voll Damage, man. Nice. Jetzt engage. Hier, hier, komm, 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 komm. Jimmy holt, Jimmy holt. Jimmy kriegt's. Ah! Okay, pass auf, pass auf, Alter. Das wird nicht so gut. Oh, oh. Absolut. Go, go, go! Oh Gott, ich bin so weit drin. Oh Gott, bin ich weit drin. Das ist nicht cool. Ich komme. Oh Gott, ist das... Danke, Jenna! Ich liebe dich! Du geile Sau. Ich hab zwei. Okay, warte. Warte, ich komm jetzt von hinten rein. Können wir nichts machen, oder? Ah, fuck. Hallo. Oh, der Outfall. Alter. Ich dachte, sie rennt weiter. Ich mach dich schneller gleich. Okay, der war mal. Alter! Geil! Das war sogar relativ eng geküsst, ey. Das war richtig eng. Push einfach botlane, oder? Ne, Alter, ist zum Mainstream. Ja, dann lass lieber... Lass lieber Sonjas machen. Lass lieber Sonjas machen. Easy, Sonjas. Ey, ich krieg's mit Tower-Damage, oder was? Scheiß-Spiel. So. Ja, ja. Ich glaub, das reicht. Lass dir doch so hier denn. Geh ruhig rein. Ei, ei, ei. Ja, jetzt bin ich Level-Up-Up-Ultilevel-3. Dafür hab ich jetzt gut gemacht. Okay, okay. Ähm. Komm mal, Bram. Wo komm ich denn? So. Bram ist einfach wirklich... Den hat irgendwas... Hat Bram, glaub ich, geschluckt, oder genommen, oder... Der ist, der ist leise, ne? Oder sonst was... Ich sag ja, das ist der Energy-Drink. Jetzt lässt er nach, ey. Jetzt ist Down-Time. Du brauchst mal was für ein Lufiges. Bier. Wasser. Bier. Wir müssen mehr warden, Leute. Wir müssen echt mehr warden. Der Baron ist gleich da. In so einer, eineinhalb Minuten oder so. Ja, meiner. Ja, ja. Oder eine Minute. Go. Ja. Jep, 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 jep. Jep, 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 jep. Denk ihn, Bram. Denk ihn. Jawohl. Nice. Schön. Das war easy. Das war easy. Schön, steht er da. Ja, pushen und... Diven. Nein, nu, 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 nu. Nu, nu. NICHT HULTIN, NICHT HULTIN, NICHT HULTIN. NICHT HULTIN. NICHT HULTIN. NICHT HULTIN. Das war einfach in-nip-div. Einfach dive jetzt. Den in-nip-diven, Leute. Einfach den in-nip-diven. Oh! Einfach Nexus. Scheiße, hab ich mich verklickt. Ja, sorry. Sorry. Ich weiß schon, ich weiß schon, Jay. Sorry, Max. Ich sag dazu nichts. Du mal live. Du bist du bereit? Ja. Ja. Für die Abfahrt, Alter. Wenn du ein paar kriegen kannst... Mach's, Alter. Mach's, Alter. Mach's, Alter. Oh, ho, 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 ho! Ha, ha, ha! Schon geil. Boah, Alter, der Kevin ist ja gar nicht low. Ah, da ist ein Tibbers, ey. Alter, der Tibbers hat dich grad fast dreimal getötet. Ja, ich wusste gar nicht. Oh, hallo! Oha! Kommt der Sanyas. Sollen wir raus? Ja, wär nicht schlecht, glaub ich. Das ist gleich mega geil. Kevin! Geiler Spur. Geiler Spur. Mach der Kevin locker, Alter. Okay. War schön. Dead damage. Lass den holen. Lass mal hier rein, Alter. Immer noch chased, Alter. Oh, gib ihm! Kann halt nix. Au, aber... Du dummer Sau! Ja, die ist, die ist zu krass. Kriegst du auf den Kopf? Die ist zu krass. Sauber. Aber das war sehr schön. Weißt du, so erkennt man sich einen schönen In-Hip. Geil. Einen schönen In-Hip. Einen richtig sahnen In-Hip. Boah, ich komm für den Pink-Wall. Ich hab die Bonis. Kevin, lass Whisper als letztes Item für mich. Äh, was war das denn? Ja. Kannst du machen. Nee, Damage. Wir sind voll Damage. Barren ist wieder da, ne Jungs? Ja. Lass den Barren machen. Wir haben ja gewordet. Zweimal sogar. Boah. Aber ich hab einen Pink-Wall. Ich stell da einfach einen Pink rein. Ich hab einen TP-Abplatz. Alter, ich hab alle bekommen. Haha. Einfach alle. Alle. Warte, ich stell da einen Pink hin. Barren ist nicht verloren. Oh. Alles klar. Alter, drei. Gut, dass sie nicht gewordet haben, die Jungs. Egal, Annie get back. Lass einfach Barren machen. Ja. Können sie auch gerade Geist gegen machen. Na wie, oh. Hier ist ein Nono. Ein Yeti, der mich angreift. Nice. Hör jetzt drauf. Drauf, drauf. Drauf alle mit den Boys. Okay, warte. Wir groupen hier und dann machen wir Sylvia Ult und dann... Alles klar. Dann poppen die. Ey, Sylvia Ult jagen. Nee, warte. Doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Erst warte, warte. Minions und dann. Brahm Ultimate. Brahm hat Ulti. Brahm hat Ulti. Wir machen's einfach wie immer. Ja. Sie werden einfach... Am besten, am besten Jinx. Oh, ne, ich gar nicht. Oh, ne, ich gar nicht. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Wow. Alter. Nein, ich bin tot. Die Bombo-Kombo, ey. Ich bin auf Annie. Auf Annie. Auf Annie. Auf Annie. Auf Annie. Ich renne. Weder kriegen können, Leute. Sauber. Jetzt macht die. Alter. Ist das gerade der Bram mit? Easy. Alter, die Bombo-Kombo einfach, ey. Richtig-Bombo-Kombo. Geil. Richtig geil. Hm. Ja. Schön. Ja, Kevin. Tut mir leid für den Skin. Ha. Nächstes Mal. Man kann ja immer sowas machen. Wahnsinnig. Leider nur knapp ein Drittel. Ein bisschen mehr. Boah. Stats. Ja, das war ja eine weitere Runde. Wir ficken hart. Shoutout beim nächsten Mal wieder vorbei. Tschüssi. 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 Tschüssi.